so die karavane schon weiter sind wir wieder kein plan wohin genau aber weiter geht es mit gta online versuchen der karavane hinterher zu kommen schnellsten kann aber ja nicht jetzt unbedingt aber okay wir fahren richtung wir fahren jetzt durch den montschild hat und den anderen berg in den tunnel richtung sind die chance wo wir letztes mal den helikopter auf dem laster hin platziert haben auf der straße aber nicht in die richtung ls sondern richtung wüste da also in die andere richtung davon ja ja genau da wohin bleiben sie wieder da zwei biegen ab die andere kampfjet jagen und alle vernichten ja gegen ende oder ja gegen ende schleichen wir uns weg von denen holen ballern zur base liter base und dann holen wir uns erstmal jets und dann jagen wir die wo wollen die hin wirklich alle keine ahnung ich folge denen einfach die sind ja gang angriff holen sie ach hier die sind bei trevas flughafen ja was sandpiste genau ich bin natürlich so eine einladung in dem in dem buggy hier aber die nerven so diese gang angriff hinger hier ja deswegen ich mach die mal schnell kalt das ist so gut es geht ich bin bei mckenzie auf jeden fall erst mal drei metroids rein jetzt welchen flughafen landpiste man treiben die jetzt hier gute frage nächste frage meint wir machen jetzt erstmal hier gang angriff zu ende oder ich habe schon Angst vor dem hegel weil die rotoren blätter so nah am boden rotorgangster ach scheiß kriege ich auch noch eine p dafür obwohl ich nichts gemacht habe ja auch nicht und noch ein level aufstieg naja prurang 3 krangel und don immer noch ja das gehört zum mal wir sind ja ganz unten kann ich überhaupt noch mit rein ja klar ach klar auf jeden ok du auch gut wo wollen wir jetzt eigentlich hin naja ist der nicht schon hey sarahsdorff will noch mit ok der ist wieder ausgestiegen ja der ist gerade ausgestiegen warum keine ahnung bei dem ist alles ein fragezeichen das blickt immer nur über seinem kopf dauerhaft naja naja ja er hat nen wegpunkt gesetzt aber da wollten wir sowieso schon hin walle 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 waj walle walle noch alle mit rein ich glaube nicht war ja doch da können glaube ich alle spieler hier mit rein oder müsste eigentlich wirklich guck mal wie dick das ding ist wer ist er wenn du jetzt nicht mehr reinpasst ich kann doch nicht ausgestiegen 616 ja da passt wirklich nur zehn leute rein okay der ist ja echt nett ich bin froh sein dass ich hier keine granate auswählen kann ich bin heute richtig aggressiv Okrasiv! Okrasiv! Ich kann in den nix nicht reingucken gerade. Ne, ich kann nur Gronkh und Karian. Ah doch jetzt! Da haben wir, keine Ahnung, Höschen. Noch ein Weibchen. Da sitzen die anderen ey. Ach, der Avenger sitzt zufällig auf der Seite, wo die ganzen Mädels sitzen. Guck mal wie Tobi da sitzen. Avenger, hast du etwa eine Mumu? Guck mal wie die Mädels da sitzen und wie sie ihre Hände halten. Gerne! Bitte, bitte Onkel, tönt uns nicht! Bitte! Die Hälfte von mich sind eigentlich jung. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ich glaube da ist Räschi. Ich sehe gerade sein Höschen. Da hat er aus, weg! Da hat er aus, weg! Sind alle rausgesprungen! Ok, ich bin auch raus! Hallo! Wo ist Gronkh, Alter? Ich ramm den weg mit meinem Falschen hier! Wo ist der? Da, ich glaube ich sehe. Attacke! Attacke! Komm her! Gelb-Schwarz glaube ich. PVB. Ja doch! Hey, hier ist das Slay Massive Inferno! Ah ne, hier war der Avenger! Ja komm, hoch hier! Freundchen! Ich schieße gleich! Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Soll ich mal gucken, ob die reinkommen? Soll ich hier einfach mal einladen? Aber Gronkh kriegt nie ne Einladung, weil du nicht in ne Freundesliste ist! 6 bis 16 Spieler! Egal, wenn du die Lobby einlädst, alle aus aktueller Sitzung kriegt ihr auf jeden Fall eine! Ich probiere es einfach mal! Entweder machen sie mit oder nicht! Oder meine Xbox stürzt jetzt ab! Erst geschlossen ist schon, alle aus aktueller Sitzung! Aber ich glaube nicht, dass die reinkommen! Wenn doch wäre es cool! Hey, das ist Flay Onkel, hier ist doch dein Team Dester, schreibe ich um die Ecke! Ja, deswegen ja! Mach's ja gerade! Komm, ich komm jetzt! Bitte, bitte, bitte! Das muss so klapp sein! Clips reagiert noch keiner, oder? Äh, ne Gronkh hat doch wieder keine! Äh, warte mal! Aus aktueller Sitzung! Gucken, ob er... Der kriegt keine Einladung! Wir können das wieder rausgehen! Ah, tritt keiner bei, ne? Ja... Die peilen's nicht! Ja, ist das bedarf! Naja, vielleicht haben die auch andere Planung jetzt! Hehehe... Curry, ey... Curry, ey... Gute Action! Ah, hier steht wenigstens mein Auto direkt hier! Beste! theyh! Man kennt ihr mitfiere... Chere... Da muss ich so ein Cargobock machen. Verschwinde! Verpieß dich! Stirb! Keine Ahnung, was die hier treiben. Vielleicht wollen die ja Stromschläge. Ja, wahrscheinlich. Gibt's keine Stromschläge. Gibt's nur Schläge in den Nacken. Keinen Nacken, schön Kock. Jee! Sarat hat's durch mich durchgesprungen. Jee! Pfui, Walle! Pfui! Oh, doch! Auf den Dinganer kriegst du Stromschläge! Das ist so geil! Stromschläge, geil! Hier oben drauf schlägt. Wow! Wow! Der Walle kriegt nichts, auch doch. Meiner macht Backflip. Boah! 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 Och, Mann, doch! Ey, dass man das nicht unterdrücken kann oder aufstellen kann, dass man Anrufe bekommt. Wenn man sowieso schon alles hat. Ja, ne? Hä? Ja, hat sich ausgestromt. Den Generator kaputt gemacht! Oha! Ja, die anderen geht aber auch noch. Tja. Gubi! Noll. Boah, wer jetzt schon wieder? 86-16. Das war ja noch meine. Noch nicht. Boah! Nichts klar! Wie lagst du denn da? Das Ding war umarmt. Oh, ich hab 300er an der Reishi bekommen. Das klappt irgendwie nicht immer, ne? Ne, boah, boah! Ja, jetzt. Aber ich krieg jedes Mal voll ein Gewischt irgendwie. Alter! Wieso Junkie sein? Gib mir mehr! Gib mir mehr! Ich brauch noch einen Schuss! Noch einen Schuss! Steh auf! Aua! Nein, danke! Nein, danke! Nein, danke! Nein, danke! Jetzt muss ich das wieder freisprengen, damit ich hier durchkomme. Boah! 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 Ey, was springt denn hier ewig runter? Ne, ich hab mich überfahren, nachdem ich... Ohohohoohohohohohohohohohohohohohohhohohoho! Die Stromschläge haben mich getötet. Habe es nicht überlebt. Recha. Harry Puder wird blumst Mir. Hoaa, he... Heah, he... Wer hat den denn schon wieder geflogen hier? 616 616 Aaaaaah Geht das? Ja, es geht, cool Es verdoppelt eigentlich, es war rechts und links Alter, da ist das drin aber eigentlich Mal ausschütteln und dann geht das wieder Funcinch, ich hör C4 Nein Ach, schon wieder voll gegen die Wand geklatscht hier Immer wie die Lemminge, einer nach dem anderen Wenn ihr so geil darauf seid, ey Oh, Grog, du Sau Oh, der sieht ja von innen ziemlich gut aus Äh, ich fall hier grad runter Ja, ich bin hier auch gerade, ne Granatenhagel Ha, die Küste Granatenfan, krieg ich auch noch hier, ey Oh, da liegen Granaten auf dem Boden La la la, die hol ich mir Fehlzünder Und dann gleich BAP in der Tasche geht sie umhüben Alter, was, ah, da ist Gas drin Was passiert jetzt hier noch? Das Gas kann man jetzt hier Gas kann man In die Kamera mit ihnen So viel grad hat, wie es geht Ich hab ein paar Granaten losgelöst Ein paar ist gut Es kann auch noch Arschgranatiger werden Was wird das hier? Ich hab nichts gemacht Ich ruf schnell Lester an wenigen Kopf Weil irgendwer hatte das Kopfschlige am Start Ja, ich dir auch Oh, toll Wer hat denn da drin jetzt Bullen gehabt? Ja, die Leute, die hier mit dem ganzen Zeugs rumschmeuschen Und das exudieren Ey, jetzt auch Punkt machen will nichts passieren Also, so, jetzt ist alles sehr gut Ja, super, wäre wieder so schlau und hat mein Ey, kann einer mal mein Auto umkippen, bitte? Alex, kannst du das mal machen? Jaa Oh, das ist kaputt Ich hab auch nicht, um mich hier rumzulaufen Ne, kannst du das mal umkippen? Ey Wo von hinten noch? Ja, unter die Motorräubern bist Ich bin nicht verarschen Jetzt dreh dich um, du Dreckskerl Oh, ey, Mensch, verpiss dich Ha, Alter Alter, meine Tügel wieder nicht zu Ja, danke Bitte Gibt's hier, muss man das auch jedes Mal machen, irgendwie Okay Ja, da war's ja noch erbärmlich mit den Autos einmal umgekippt und dann war's das Ja Steht da hinten wieder einsam und verlassen Ich hab mein Auto an, warte kurz, wenn der Mechaniker nicht kann, dann steig ich bei dir ein Ja Ja Braung, ich fang nicht auf Ich hatte mich ungefähr fünf Minuten warten, dass er scheiß nicht hat Wie lange bleibt, dass er nicht kann Slay Massive Ja Steht hinter dem Hardcore-Zaun hier, der man nicht verstören kann Okay Play, play, play Ah, hier ist Gut Oh, sorry Er reagiert nicht, er lebt wieder nicht, wahrscheinlich ein Päuselchen Oh, die Tür Die ist schon offen, weißt du die Tür Wenn die keinen Bock aufkommt, dann sollten da jetzt alle aussteigen Drei Zwei Zwei Oh Eins Und tschüss Dafür hast du mich gerammt und ich den Kopf und den Stern bekam Das Geheimnis ist, du darfst kein Gas geben, wenn du die Brücke führst Ja Aber Woher soll ich das wissen, dass von hinten was kommt? Ups, ich versteck mich unter der Brücke Alter, was war das denn? Alter, was war das denn? Und ab, das ist mein Versteck Pull over now Wo jetzt kommen wir nicht mehr hoch Alter, was ist denn hier los bei den Bullen? Nein, die kommen da runter Alter, wie viele Bullen sind denn hier? Alter, wie viele Bullen sind denn hier? Ja, er holt sich schon ein Auto mit Wurst Mein Gott, jetzt fährt er Ey Du dummer Bulle Mele 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 Ich weiß gar nicht mehr wie wir fahren, sonst vollauter Bullen Uuuuh Komm ich Den Kreis könnt ihr nicht sehen, oder? Test direkt hier Also ich bin schon durch Jo, jetzt haben sie aufgenommen aufzunehmen Pause machen soll Jaja, komm ich stehe grad doof rum Wo sind die denn überhaupt? Ich stehe oft mal doof rum Ich stehe nur doof rum Ich stehe nur doof rum Hä? Hast du teleportet? Aua Ich bin ja in diesen scheiß Graben gefahren Habt ihr dich alle auf offline gestellt? Ja Wirklich alle? Jaaaa Gut Alter Jaaaa 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 Ich komm echt nicht mehr raus Naja Jaaaa 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 Mamaaaa Ich stehe aus meinem Auto du Bastards Jaaaa Nicht du Jaaaa Jaaaa Ich stehe gerne mein Auto ein Ich stehe gerne mein Auto ein Wie die, weil ich die ja nicht weiß Von daher Bis zur nächsten Folge euer Onkel Jim Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum